So, grüßte. Einige kleine Informationen. Der Sendeplan wird ab morgen neu sein. Als habt ihr in der letzten Zeit gemerkt, ein Video pro Tag, das muss für jetzt April und Mai folgen. Wir werden das so veranstalten, wie du eingeblendet siehst, die derzeitigen Spiele und darunter eingeblendet ein Format, was ich da habe, eine Stunde, Let's Play, ja oder nein. Das wird auch wieder kommen. Da habe ich vier Stück. Vier Videos mittlerweile, zwei Stück davon sind keine Stunde, das kann ich jetzt schon versprechen. Und bei den derzeitigen Spielen wird es so sein, Fallout wird um 17 Uhr kommen, alle zwei Tage. Zwischeneinig wird etwas anderes zahlt auch um 17 Uhr, aber bei Fallout wird es so sein, bevor es sich ein zweiter Teil ergibt durchs Schneiden, je nachdem wie es schneidet, wird es auch um 18 Uhr den zweiten Teil geben. Ich werde mich bemühen, die Videos 20 bis 25, 30 Minuten lang zu halten. Das ist dann für jeden schaubar. Und wie gesagt, Fallout ist bei mir riesig. Du weißt ja gar nicht wie riesig, es ist sehr riesig. Es wird noch größer, das weiß ich jetzt schon. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, Punkt Talos Principle. Ich habe jetzt entschieden, wir werden die Hauptgeschichte vom Hauptspiel fertig spielen. Wir werden das alles fertig machen, soweit wie es geht, soweit wie ich, soweit wie mein Hirn schaltet. Das DLC spielen wir später. Aus einem einfachen Grund, ich habe auf einer Festplatten ein Spiel gespeichert, schon komplett gespült. Brauche ich eigentlich nur mehr schneiden, rendern, hochladen. Und das wären wir zwischendrin eine. Zwischendrin nochmal eine so nebenbei, also nebenbei abfertigen. Aus dem Grund der Abwechslung. Weil sonst spiele ich 5 Jahre lang diese 5 Spieler, die du schon eingeblendet siehst. Das ist ja einfach. Also zwischendrin wieder mal ein bisschen eine Abwechslung für den Kanal. So, was gibt es noch zum Vermögen? Na, das war es eigentlich jetzt momentan. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Sendeplan, April, Mai, 17 Uhr ein Video. Wenn es sich beim Schneiden von Fallout 4 ergibt, zwei Teile, 17 und 18 Uhr. Die derzeitigen Spiele, was du siehst, die kommen dann zwischendrin immer wieder. Oder eigentlich, ja, die kommen. Da habe ich momentan auch genug als Vorrat. Brauche ich nur noch hochladen, freigeben. Fertig. Talos Principle DLC später. Zwischendrin das Spiel, was ich schon habe. Und das war es eigentlich. Ja, kurz und schmerzlos. Bis zum nächsten Mal dann, falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du da deine Frage stellen. Und kannst du es dort hineinschreiben. Ich werde innerhalb von 24 Stunden antworten. Wie immer halt. Das hat sich bei mir so einbürgert. Da bin ich ehrlich zu euch. Innerhalb von 24 Stunden werde ich antworten auf die Kommentare von euch. Also dann. Oder auch in die Kommentare. Das überlose ich dann dir. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast ein Verständnis dafür. Wir leben in komischen Zeiten. Und auch das ist was für mich. Was Neues. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal dann. Baba.